Hier, steil, du bist Neonazi. Bist du wirklich ein? Wür ein so gar nicht vermoden, wenn ein denn so süd. Und dann steil da noch, dass du ein schlechten Mensch bist. Und den Postor, den Mund? Wollt du den Postor abknallen? Ach, der hält sich nicht mal wieder nach. Gott, sech ich verzeihe kaum. He, sech ich verzeihe alles. Der Herr hat es so gemeint, Johan. Nicht dick, Johan. Wenn ein überall das schlechte sücht, warst du auch was für den Oberwelt. Aber wenn ein sich darüber sinn, sich ob das Goethe zu konzentrieren. So, als wie das hier in Ushus morgt. Und das morgt wie. Egal, was du vielleicht hört hast. Denn wart die Welt in Lötenbeten fründlicher. Wo so morgst du dann mit mir? Denn wir gehen schlechten Menschen wie Nora. Und du kannst daran nix ändern.